Ein neues Video in der Essentials Reihe steht an. Vor nicht allzu langer Zeit schaut ihr die ganze Welt in einen Gerichtssaal in den Vereinigten Staaten. Und da habe ich mir natürlich gedacht, was läge denn da näher, als euch 35 Gerichtsfilme zu präsentieren, die ich für sehenswert erachte. Also, los geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020